Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Retro Let's Play und zwar befinden wir uns jetzt bei Double Dragon 2. Den ersten Teil haben wir erfolgreich erledigt und mit wir, meine ich natürlich unseren Helden, schlechthin, der Daniel. Hallo, ich bin auch da und die Helene hat mich schon verlassen. Ich brauche eine neue Frau. Moment, sie hieß Irmgard, jetzt weißt du warum ich die Helene verlassen habe. Achso, so viele Frauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles, was wir meinen. Nein, lassen wir das. Wir holen uns einfach die nächste. Ich glaube, es ist wieder Irmgard. Mal schauen, ob wieder der Daniel der einzige Held sein wird hier oder ob ich vielleicht auch mal mit ins Finale schaffe. Man wird es sehen. Ich würde mich über ein bisschen Unterstützung beim Endkampf freuen. Ja, ich würde mich auch mal freuen, wenn ich mal mehr als drei Level schaffe. Ja, dann gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Die Story ist schnell erklärt. Irmgard ist entführt. Wir holen sie wieder. Huch. Geh schon los. Au. Ja, er ist voll im... Hoppala. So. Was ist denn? Wo kacken wir gleichzeitig aufs Boot oder was? Was machen die denn? Darf ich den Helikopter benutzen? Kannst du mal probieren. Aber was macht denn einer? Da guckt so der... Oh Gott. Entschuldigung. Also ich weiß ja, warum ich nie bis ins Finale komme. Das war nur eine kleine Rache für diverse Friendly Fires in Street of French. Ich verstehe. Oh Gott. Nein, du rennst aber auch mitten in die Peische. Jetzt immer bin ich's, ne? Immer bin ich's. Es bin vielleicht auch ich, aber immer bin ich's. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Warum habe ich denn immer das Bedürfnis, auf eine Tasse zu drücken, wenn du in der Nähe bist? Oh Scheiße, das ist doch wieder nix hier. So, ich nehme mal das Messer hier. Ähm, ich habe schon wieder meinen Laufsack. Ich habe schon wieder gedacht, ich schmeiße dir da das Messer da in den Rücken. Ja, lauf einfach, sagt er. Jetzt kommt... Oh ne. Ich lauf einfach, habe ich gemeint. Ich kann nix machen. Nein, ich möchte nicht geschlagen werden. Kannst du mal bitte? Danke. Und da fällt er zu Staub. Okay, jetzt geht mein Digikreuz wieder. Ich glaube, das ändert sich nie. Und jetzt... Also wir haben jetzt aufm... ...Hochhaus angefangen. Und gehen jetzt runter in die... Und da ist unsere Schmalzlocke. Hatte der einen Ball im Mund? Je nach seiner Neigung. Oh, warte mal. Hier, Kugel. Oh nein. Kugel. Achso, er ist eh tot. Nehmen wir mal die Kugel mit hier. Vielleicht ist sie ja noch wildgleich. Jetzt stehst du natürlich genau auf der Höhe von der Kugel. Oh, du... Was machst du? Nein, du warst gerade am Boden gelegen. Das machst du extra, oder? Deswegen dachte ich... Du bist so egoistisch. Du willst immer der Held sein in dem Spiel. Nein, ach komm. Du bestellst mir ja Sachen. Ich habe Videobeweis. Au. Was machst du da eigentlich? Warum guckst du nur noch zu? Naja, ich möchte Kugel mitnehmen. Oh Gott. Nein, du bleibst halt da. So, hier. Machen wir eine kleine Falle hier, oder? Ach. Was ist das, dieses Spiel da? Also, man sieht, das Spiel, das ist eigentlich exakt das gleiche wie dem ersten Teil. Also, es ähnelt sich sehr. Es haben sich ja ein paar Hintergründe und auch die Locations minimals geändert mit mehr Details. Aber sonst ist es eigentlich der allergleiche Ablauf. Also, heutzutage würde man sowas im Steam Store als Asset Blip bezeichnen. Ja, so ungefähr. Ich frage mich, wie lange die Daffel gebraucht haben. Arni, Arni. Ach, komm. Arni müde. Arni müde, Arni schlafen. Ja, das war schon Level 2. Also, wer das erste gesehen hat, das zweite wird nicht viel länger dauern. Also, sofern wir dann auch durchkommen. Das ist ja die andere Frage. Ich meine, ein Durchgang, ein Durchgang selber, ein erfolgreicher Durchgang ist nicht so wirklich viel länger als im ersten Teil. Aber der erfolgreiche Durchgang, das ist ja das Problem. So ist es. Autsch, jetzt schmeißt du mir wieder seine Axt da ins Gesicht. Da wird er mal gekniebeutelt hier. Was habe ich denn da eigentlich für einen pinken Fleck da oben? Oh Gott, nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wollen wir mal Holz werfen? Ich hab das in Bandana an. Nichts, ich hab das in Bandana an. Oh Gott, oh Gott... Der hat uns jetzt alle beide getrollt. Ja klar, jetzt hat er den. Also du willst auch mal werfen? Aha. Du, Moni. Ach. Wie geil der Typ ist, ey, da hockt jetzt die Gans darin in diesen blöden Heuballen und wartet, bis mal einer kommt. Ja, um dann mal geschlagen zu werden, ja. Oh Gott, nein. Oh Gott, das riecht doch schon wieder nach. Oh, ich hab halt mal den Stecken da weggeworfen, ne? Ähm, was? Ich häng fest, ich kann nix machen. So, wir sind mal weg hier. Ich will auch da ganz schnell vorbei. Ja, ich will da auch. Oh, come on, das Spiel ist so unfair. Oh, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Nenn mal mit der Schaufel kannst du einen umbringen, Mensch, du. Ja, Mensch, ich bin tot. Die gute Schaufel. Warum, warum trifft er mich immer wieder? Ich hab ne Waffe verdammt. Was machen die denn? Du kannst jetzt auf mich einschlagen, also auf ihn einschlagen. Ja, würde ich ja, aber wenn ich mich mal treffen würde. Oh, ey. Oh Gott, ich bin... Ah, nee, ich lebe noch. Sag mal, möchtest du Animal Crossing spielen hier? Okay, jetzt sterb ich gleich. Möchtest du nicht sterben? Ey, wieso kriegst... Krieg ich denn immer aufs Maul? Ich kann doch nicht mehr als du machen, immer wild, planlos mit den Tasten rumhämmern. Du unterstellst mir, dass ich wild, planlos mit den Tasten rumhämmer? Meine Güte, ich bin traurig. Das war der ultrageilste Kick überhaupt. Oh Gott, das ist ein Leben. Ja. Der kommt wieder? Ja, ja. Oh, nö. Hilf mir. Kann dir aber auch nicht helfen, ne? Ja, stimmt. Wenn der einen hat, ist er quasi unverwundbar mit seiner Eisermaske. Nein. Es ist doch nicht wahr. Ja, Hauptsache, er hat mich noch gekillt. Level. Nein. Was? Achso, das war jetzt... Ja. Ja, gut, aber die Hitpoints ist ja immer noch angeschlagen, oder kriegen wir... Ach ja, stimmt. Oh, das ist ja anders wie im ersten. Da hast du wieder aufgefüllt bekommen. Schau mal, Schmalzrocker ist wieder da. Möchte wieder Schläge haben. Äh. Oh, unsere Brüder sind auch wieder da. Die haben... Die sind ausgewichen. Jetzt verliere ich langsam echt den Glauben an dem Spiel. Huch. Oh, wir haben das Level geschafft. Hey. Das ist das Level. So, und jetzt sind wir? Letzter Finale. Wahrscheinlich warten jetzt wieder die... Oh nein. Wahrscheinlich warten jetzt wieder die ganzen Spiese und sonst irgendwas. Oh Gott. Es ist... Sorry. Ich kriege echt den Dummheitspreis in dem Spiel. Das kann ja gar nicht wahr sein. Wie kann ich denn einfach ohne Not darunter springen? Oh ja. Oh. Indem zum Beispiel Kugeln da sind. Oh Gott. Da haben wir nicht. Ja, genau. Ich spätze mich voll. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Ja, natürlich. Ach komm, da ist doch die scheiß Leiter. Warum? Willst du mich verarschen? Ach du, nichts weiter runter. Ich bin zweimal anständig. Hey, hallo, ich bin das. Ich bin wütend. Es ist doch... Ey, ey. Mal ganz ehrlich, ne? Also, ich fühle mich jetzt echt immens benachteiligt von dem Spiel. Oh Gott, er haut mir noch komplett auf die Mütze. Und da geht er. Das gibt es einfach nicht. Und da kommt er. Autsch. Ah, nein. Nein, ich bin doch ein Box-Sack oder was hier. Ist jetzt immer gut? Ja. Jetzt ist es glaube ich gut. Du hast gleich ein extra Leben, dann bräuchte ich mal die Gegner. Wir sind im letzten Eck. Au. Ey. Nö. Nö. Doch. Achso. Scheiße, was ich weiß. Doch, du hast eins dazu gekriegt, oder? Nicht? Was ist jetzt? Oh nein. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich... Ich muss nicht wütend werden. Das hilft doch niemandem. Ja, darf er wieder der Held des Tages spielen? Dann spiel doch. Äh, jetzt kommen zwei davon. Der Boss kommt, der Boss kommt. Ja, ja, das sehe ich gerade. Ja, der macht keiner weh. Ja, natürlich. Wieder Instant-Kill. Warum auch nicht? Und wieder Instant-Kill. Ja, ich... Na nö. Du hast es geschafft. Der hält nur zwei Schlecher aus. Kotzt mich so an. Okay. Wo ist meine Might? Ich hätte gerne eine Might. Ach, da ist die Might. Nee. Nee, das war nur mitverdicht. Oh. Oh! Okay. Das ist anders. Ja, aber du hast ihn ja so echt unter Kontrolle. Ja, da hält... Wieso hält da so viel aus? Hä, was jetzt? Was? Was? What? Ja, so überlebe ich das nicht, wenn der so eine Scheiße macht. Ja. Ja, nö. So bin ich tot. What? Wie fies und unfair ist das denn? Sie können ihren Freund in einem Mehrspielerspiel schlagen. Das ist schön, dass sie mir nach der Tooltip als Game Over noch... Ach, komm. Das ist aber fies. Oh, Mann. Das ist fies. Ich war schon voll im Glauben, ich habe das geschafft hier. Hallo, der Versager hier nochmal mit dem Superhelden an seiner Seite. Nein, hier war auch versagt. Wir versuchen es nochmal. Runde 2. Ach, verfluchte Kacke. Es ist zum Kotzen. Moment. Ich bin gleich wieder da. Gleich machen wir den Versuch, den zweiten Versuch. Also, äh, so, so, jetzt. Ich wollte nur die Spannung etwas... Ey. Es ist, es ist, es ist nicht... Was du noch versuchen kannst. Also, was ich auch mal bei Streets of Rage oder sowas gelernt habe. Ist den Gegner nicht frontal quasi, ähm, zu konfrontieren, sondern quasi seitlich. Also, so von unten zum Beispiel hochzulaufen. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon über die Hälfte verloren habe. Es ist scheißegal, was ich mache. Und wenn ich eine Waffe in der Hand habe, bauen sie mich grün und blau. Oh, ich gehe da weg. Die Kiste des Todes. Diese Kiste ist ein Mörder. Das ist doch nicht dein Ernst. Diese blöden Drecksack. Nein! Es kann doch nicht sein, dass wenn ich die ganze Zeit auf ihn eintrisch, er auf einmal aus nichts schlagen kann. Äh, hallo? Was mache ich jetzt? Oder so? Eigentlich habe ich dich ausgefeitscht, glaube ich. So. Ich stehe ja drauf. Arrrr. Oh, oh. Boxsack. Ich bin der Boxsack. Ey, das... Also, irgendwas stimmt doch da nicht. Du hast ja noch angelegt. Noch ist alles gut. Trotzdem. Ich habe echt so den Eindruck, egal was ich mache, ich kriege definitiv immer einen Schlaf. Ja, aber die Leben werden nicht aufgefüllt, ne? Stimmt, ich hatte eigentlich gehofft, dass es... Ein bisschen. So. Ups. Ups. So. Soll ich die Kugel wieder mitnehmen? Na komm. Äh, warte mal. Ne. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Und hops. Hast du da einen Tiefschlauch verpasst? Die Wolde ist. Das ist aber nicht sehr männlich. Ich... Ich... Äh... Ähm... Ähm... Ne, ich sage jetzt nichts. So. Hast du mir jetzt die Sechsarbeit machen? Ja, irgendwie schon, ja. Du willst aber mit allen Mitteln ins Finale, ne? Ja, irgendwie schon. Vielleicht ein bisschen. Ich meine, ich werde die ganze Zeit jetzt nichts mehr machen und im Finale den letzten Schlaf setzen. Dann war ich der Held. Das sind Terminator machen. Oder nicht. Schau mal, dann habe ich schön aufs Rollband geschickt. Nein. So, kriegen wir jetzt wieder Energie dazu? Bitte. Ein bisschen. Nein? Doch. Doch, ein bisschen. Jetzt kann ich wieder nicht nach oben laufen. Jetzt geht's wieder. Das ist eigentlich alles strange. Das ist immer sehr witzig, wenn du sagst, du kannst nicht und dann läufst du auch nach oben. Ja, aber dann muss ich wieder aufs Analog wechseln. Oh Gott. Ich bin froh, dass ich so nicht spielen muss. Ja, das macht die Sache nicht immer leichter. Ne, das glaube ich. Na, aber dann wechseln die Seiten. Ja, ich wollte ganz raus. Ey, wie geil ist das? Kommt her, wirft auf mich, geht zu dir um sanft getötet zu werden. Was, was soll denn diese Scheiße? Da kommt doch jetzt wieder einer daraus zu schwimmen, ne? Weißt du? Ja, das wird auch nix, ey. Ey, das kann... Ich wollte grad sagen... Ich wollte grad sagen... Achja, der Gebüschjäger. Au! Oh Gott, jetzt kommt wieder der Meldrescher des Zoos gleich, ne? Jep. Lass uns da so schnell wie möglich das Zeug kaputt haben. Damit meine ich natürlich nicht, nicht bitte. Oh Gott. Hu! Oh! Nein! Ich wollte doch eigentlich nur da weg. Es gibt's doch nicht diese blöde Backpfeife hier. Hu! So. Oh! Ah, jetzt kommen die, warte mal. Ja, genau. Das ist ne gute Idee, da mal nen Block da zwischen die Beine zu werfen. Hallo? Ja. Hat ihr mal runter? Achso. Ja! Die Idee war gut. So, einer kommt gleich wieder, ne? Ja. Es ist nur die Frage, welcher. Der unsere. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Oh, oh. Hilf mir. Oh wow. Das war's. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Der Einsatz meines Lebens habe ich ihn umgebracht. Du bist ein Traum. Du sollst bloß nicht runterhüpfen. Ach, komm. Wow, okay, der Springtick war gerade glücklich. Ich weiß nicht, wieviel ich den ausgelöst habe. Oh nein. Das Kugel-Eck. Oh nein! Oh Gott, ich hasse dieses Eck. Oh Gott. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch echt ein Scherz hier, das Eck. Nein! Dieses blöde Spiel will mich nicht ins Finale kriegen! Runder, 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 runder. Ey! Jawoll! Autsch, Autsch, Autsch. Der steht nimmer auf, ne? Der steht nochmal auf. Geh mal, ach so. Würde ich sagen, geh mal ein bisschen weiter. Ne, nicht runterhüpfen! Nicht runterhüpfen! Ich hüpf doch nicht! Ja, aber du bist sehr knapp an der Kante. Autsch. Na toll. War da mal genug? Jetzt aber warte. Ja. Jetzt, ja. Oh, dieser Typ, ne? Ich bin im Finale, jetzt bin ich geil. Autsch. Nein, ich halte ihn fest! Lass ihn doch los! Hallo! Oh, ich versage hier grad. Ich halte ihn fest! Nein! Lass ihn los! Mach doch irgendwelche Attacken gegen ihn! Also nicht du, sondern mein Spiel... Was macht denn der jetzt? Ja, super! Jo, instant! Glaube ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja. Gott, es war jetzt glücklich, dass ich den greifen konnte. So, jetzt kommt dieser komische Geister wieder, ne? Schau, ob da jetzt zwei kommen, oder? Ja, aber jetzt sind wir im Finale, jetzt machen wir alle. Ja. Hoffentlich kommt nur einer! Scheiße! Oh, ne, da kommen zwei! Ja, toll! Wenn das erste was passiert, dann geh ich ins Maul. Nicht in mich schlagen, bitte! Bin tot! Alter, der hält mich aber auch so restant hier, ne? Ich krieg mal ihn hier grad nicht platt. Hä? Oh, oh! Einer ist wirklich nett! Ja, macht sich bei mir jetzt unsichtbar und macht diese Scheiße! Oh, der andere macht bei mir die Scheiße! Oh Gott, ich krieg grad hier nichts gepacken! Ich krieg grad hier nichts gepacken! Ich krieg grad hier nichts gepacken! Der eine ist weg! Äh, macht er mir! Da ist ein Leben futsch, glaube ich! Ja! Oh, ich weiß, wie man diese, äh, unsichtbar-Taken ausweicht! Hüpf dann, wenn er unsichtbar ist! Ja, genau! Bei mir hat's geklappt! Ich hab jetzt... Oh! Oh! Doch, bei mir klappt! Bei mir macht er die ganze Zeit schon nix mehr! Ja, stimmt! Ja, jetzt hat er mich erwischt! Ich bin weg! Oh, nö! Ja, klasse! Äh, jetzt wird's interessant! Ja, klasse! Ja, klasse! Ja, klasse! Einer weg! Einer weg! Oh mein Gott! Oh nein! Nein! Dreh dich um! Nein! Oh Nein! Oh Nein! Oh nein! Oh Nein! Oh nein! Oh Gott. Wahrscheinlich hätten wir noch einen Schlag gebraucht, wirst du. Oh Mann. Dabei waren wir jetzt schon recht gut mit dem Leben. Ach, schade. Alle guten Dinge sind drei. Wir machen jetzt den dritten Versuch. Ich liebe deinen Optimismus. Ich liebe deinen Optimismus. Ja, jetzt wird auch der letzte Versuch. So oder so. Achso, okay. Boah, das Spiel geht immer so mit einem vollen Tempo los hier. Ja. Ja. Oh, das gibt's doch. Hallo? Schmeiß doch nicht bitte die Kiste genau dann, wenn ich da stehe. Ich meine, das gibt mir doch auch Schaden. Hallo? Ich war im Finale gestanden. Erzähl mir nicht, wie ich zu spielen habe. Oh mein Gott. Ey, da konnte ich jetzt nichts dafür. Du warst gelegen. Möchtest du alleine spielen? Ja klar, dann sehen wir das erste Level sehr häufig. Was? Der hat ein Rad gemacht. Ja. Ja. Ja, dann das hingekriegt. Um die Kiste herum. Ja, 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 ja. Warte. Ja, 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 ja. Auf Wiedersehen. Ich wollte ihm nur die Kiste geben. Amazon-Lieferung für sie. Ja. Ab in die Stadt. Ich kann wieder nicht hochlaufen, oder? Jetzt geht's die Kreuz wieder. Nein, nein, lässt du die Kugel fallen? Nein, 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 nein. Achso. Ich mach mal hier in die Kugel mit hoch. Da kann ich jetzt gleich hier dann mal... Achso. Halt, bleib da. Ach, dann halt nicht. Versuch was wert. Aber, hallo. Da ist eigentlich was Besonderes oben? Nee. Nee. Ich geh jetzt auf die linke Seite. Warum bist der jetzt schneller als ich da gewesen? Der wusste schon, dass sie da stehen, ne? Hab keine Ahnung. Oh, das war Söhn. Ist einfach schön. Söhn. Schön in den Rücken. Ding. Hallo, Arnold. Nicht runterfallen. Wow. Hast du die Luft rausgelassen bei dem? Aber hallo. Da ist er geplatzt. So. Round 2. Oh, Steuerkreuz. Steuerkreuz. Jetzt wieder. Also scheinbar ist es wirklich immer beim Levelwechsel, dass da mal kurz mein Diggikreuz sagt, nope. Ja, genau. Schön die Schaufel. In die Futterluke. Das Holz ist nichts für dich. Da war er wohl auf dem Holzweg. Ja, komm. Nehmen wir das Holz jetzt mal mit dem Mätrischer vielleicht. Können wir da vor dem Mätrischer weglaufen, bevor da... Ja, ich geh da hoch und wirf gleich nach links. Ja, dann... Ich hab ihn. Oh Gott. Nein. Komm. Ach, das flucht, der Kacke. Man kann da hüpfen. Im richtigen Moment. Okay, jetzt will ich zwar gleich noch hin, aber... Ja, bei mir wird's... Okay, bei dir ist auch nicht viel besser. Jetzt kommen gleich wieder die drei Brüders, oder? Ah, nein, die zwei Brüders. Zwei. Die zwei Brüders, okay. So, gib doch mal ein bisschen Holz. Autsch, Autsch, Autsch. Aaaaaah. Ach, komm. Was ist das für ein Assi? Hä? Ist er im Mund gegen Holz, oder was? Ey, was soll denn das? Was ist denn das für ein Vollidiot? Ich wär grad echt sauer. Also, das ist ja wohl... Also... Oh! Jetzt hast du ihn, glaube ich, ja, ne? Ja, genau. Jetzt so. Oh, Mann, ey. Das war jetzt aber unnötiges Leben. Na ja, gut. Ich glaub, das wär's, oder so, rutschgegangen. Nein, wär's nicht. Ja, super... Hallo, Steuerung! Sorry. Sorry. Das ist... Ey, ganz ehrlich, so kann's... Also... Ich hab nicht mal nach oben drücken können, das ist einfach runtergerannt. Gespawnt und runtergerannt. Gespawnt und runtergerannt. Gespawnt und runtergerannt. Oh, da ist ein Leben. Das ist so lausig. Das Leben hätte vermieden werden können. Ey, das kotzt mich grad so an. Mhm. Diese Scheiße, ey. Könnt ihr nicht mal diesen Scheiß mal richtig programmieren? Das ist so schwierig. Da ist er runtergesprungen. Ah, super. Nee, glaub so, komm ich nicht wirklich weit. Der wollte mal gucken, wo ich bin. Weiß nicht, manchmal hab ich so Phasen. Dafür dann aber auch nix, ne? Oh Gott. Oh nein. Ach, die Tippen da, die hasse ich ja. Ja, komm. Die drückliche Schüft. Ja, das wird so nix. Weil müsste ich ja den anderen Heini da müsste ich auch noch schlagen dann am Schluss. Oh ja, der gibt mir aber eine Stelle. Oh Gott, bei dem zieht sie jedes Mal nicht. Vorher ab. Was hält denn da aus? Sag mal. Die Grünen halten viel aus. Das sind so die, die am meisten aushalten. Ist das so die, wenn da mal der Bosskommler noch? Der kommt jetzt. ja jetzt kommt der letzte kampf ja mal mit drei von den dings wird es wohl nix werden theoretisch könnte es hin klappen jetzt weißt du wie du den anderen angriff entgehen kannst dafür stecke ich gerade so viel ein was macht denn du was ist das denn das ist ja fies das nennt man die geheime kunst der zeigefinger funzel ach gott ist das frustrierend ist das frustrierend vor allem weil halt einfach so ein teil halt echt glück ist ob du da durch kommst oder hat ja angenervt von dieser scheiß steuerung ja liebes zuschauer folgt ich hätte gesagt wir greifen das bei besserer laune und besseren wetterbedingungen und wenn die konstellation der sterne und ich weiß nicht alles ein bisschen besser für uns steht dann schauen wir uns das glaube ich noch mal an aber für heute soll es das denke ich erstmal gewesen sein lieber alex oder ja also ich richte jetzt auch mein wort an die leute an den empfangsgeräten so schön dass gerade ausgedrückt hat ich habe jetzt ehrlich gesagt keine lust mehr ich auch nicht steuerung scheiße geht mir grad so auf den piss einfach hast du es gesehen einfach gespawnt und runtergerannt gespawnt und runtergerannt ich ich stand da und hab dir etwas erfreut oder unerfreut zugeschaut wie du da so tolle agrobarische künstler von dir gegeben hast wie frustrierend diese scheiße oje ja ich hätte gesagt beim nächsten mal wird alles besser ich bin da ganz positiv jeden fall okay ich auch volle kann beim nächsten mal first run klappt easy wir sehen und hören uns tschüss